Rein ins Vergnügen. Boah! Alter, wie geil. Rein damit, man. Unsere Poppels! So mit der Masse! Priester und Wachtgap ist Calvin. Ich bin's Marvin. Und heute werden wir die gesamte Karte von Burger King bestellen. Yes, Leute! Letztes Mal bei Meck ist dran. Jetzt ist Burger King dran. Leute, wir werden alles von Burger King bestellen, was es gibt. Ohne Ausnahme. Alles, wie letztes Mal. Wirklich alles. Und dann noch alles essen, Leute. Oh yes. Wir sind nach Hause und essen, alles. Meck ist auch mehr geschafft. Ja, Meck ist geschafft. Das hat wohl wieder eine Woche Fasten, ne? Heute Burger King. Ich weiß nicht, ob es mehr ist oder weniger. Und ich bin doch gespannt, ist das teurer? Das können wir alles trinken. Oh, ja, ja, ja. Die Wartezeit, wie lange die brauchen, ist es teurer? Weil Meck ist aber 227 Euro alles, ne? Mal gucken, wie teuer es hier wird. Genau, Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, wie teuer denkt ihr, ist das Essen bei Burger King, alles zu bestellen? Ja, aber macht den Stopp und schreibt es in die Kommis. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie günstiger als Meck ist. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Meck ist ein bisschen teurer. Ich glaube, es ist günstiger, ich sage mal so 180 Euro. Ich sage 200 Euro. 200, 180, okay. Mal gucken, wer näher dran ist. Yes. Auf jeden Fall, komm, wer näher dran ist, der kriegt eine Belohnung, oder der Verlierer kriegt eine Strafe. Wir überlegen uns was. Okay, der verliere gibt eine Strafe. Der muss mehr essen oder mal gucken. Ich sage 200, du sagst? Ich sag 180. Okay, mal gucken, wie teuer ist. Mal gucken, wer näher dran ist. Und Leute, wir haben natürlich dick Hunger. Wir sind auf leeren Magen. Wir haben noch nichts gegessen. Dann wird wir auch alles hier schaffen heute. Und Leute, wenn wir das Gleiche bei KFC machen sollen. Wie viele Likes benötigen wir dafür? Leute, bei 15.000 Likes gehen wir zu KFC und bestellen alles, was es gibt und essen das auf. Yes. Bruder, ich habe Hunger. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, Mann. Ich habe das Gefühl, Birking ist langsamer, aber als Meckes. Ich auch irgendwie. Birking dauert immer länger. Ich glaube, es ist auch Meckes. Wir haben das in 20 Minuten bekommen, ne? Ja, ja, die waren so schnell. Das war echt ein schnelles Krieg. Mal gucken, wie lange es hier dauert. Wir sind gespannt. Jetzt können wir ja tracken, ne? Genau, wir gehen rein. Ich glaube, keine Tafel diesmal. Genau, bei Birking generell nicht, ne? Außer vielleicht bei modernen. Ich weiß es nicht. Aber auf Oldschool gehen wir jetzt. Diesmal müssen wir dem Mitarbeiter sagen, alles einmal, bitte. Jetzt müssen wir ins Face sagen, alles einmal, Bruder. Mal gucken, wie die reagieren. Mal gucken, wie die reagieren. Mal gucken, was abgeht. Mal gucken, ob die das rausschmeißt, Leute. Mal schauen. Let's go. Oh, Leute. Das krasse ist, es gibt viele mächtige Burger. Ja. Birking hat so Ami-Burger, ne? Das heißt, wir werden richtig... Oh, mein Gott. Ich glaube, wir werden noch fetter als... Guck, ob wir es schaffen, Mann. Du hast das letzte Mal fast 10 Kilo zugenommen. Ja, Mann. Egal. Und wir wiegen uns auch wieder. Ja, stimmt. Bevor wir reinhauen, wiegen wir uns. Und dann am Ende wieder die Waage, ne? Ey, Leute, wir werden so fett werden. Okay, egal. Komm, komm, komm. Erstmal brauchen wir die Waage. Die sagen das eigentlich. Alles einmal. Oh, die gibt's auch Dings. Die gibt's doch. Oh, krass. Okay. Ey, es gibt doch Tafeln. Es gibt doch Tafeln. Ich wollte gerade sagen, die müssen ja mitziehen, ne? Oh, oh. Oh, oh. Oh, das soll mitnehmen, ne? Okay. Leute. Hast du angemerkt, hier? Boah, ne, Mann. Kann man auch, ne? Hast du nicht die Burger? Ne, hab ich nicht. Okay. Boah, hier geht's wieder los. Okay, Leute, es wird so mächtig, ne? Hier geht's wieder los. Guck mal hier, King's Mächtig. Das ist noch mal eine eigene Reihe, sogar, ne? King-Menü. Okay, wir gucken einfach alles. Krass. Ja. Okay, dann. Guck dir mal diesen. Kostet auch 11 Euro. Warte, ist das der gleiche? Das ist der gleiche. Der ist nur Doppel. Boah. Doppel oder der normal? Das ist die Frage. Ey, ich bin sehr schlecht. Komm, all in, Mann. Komm, all in. Komm, all in. Okay, kein Drammutter. Einzeln. Okay, nice. Der ist drin. Nummer eins. Boah. Die im Schwimmert damals. Oh, damals, wir hatten so ein Kindheitsschwimmert, da gab's immer die Ringlis. Wenn kommt's auf die Eins? Die ist ein Deskbaum. Zu krass. Ähm. Ich bin Ketchup. Oh, Süß-Sauer, ne? Ich kann nicht so den passt. Sauer-Cream, oder? Oh, stimmt, stimmt. Bruder, was los mit dir? Sauer-Cream, richtig. Ringlis immer sauer. Oh, hier können wir schon mal Bonus-Dinger, also Nuggets können wir schon mal reinpippen. So, ja, Nuggets, Nuggets. Chili-Cheese-Nuggets. Peace-Burger. Boah, Cheese-Burger. Müssen wir uns noch merken, ne? Chili-Cheese-Burger. Den haben wir schon, zack. Onion-Rings. Schurros. Schurros. Ey, das feier ich jetzt richtig. Mal was anderes, ne? Okay, Leute, wir haben hier noch ein Bonus-Paket drauf. Ey, Leute, und Burger King hat doch immer diese leckeren Waffeln, ne? Ja, belgische Waffeln. Boah, den müssen wir auch noch. Klassiker hier, ne? Okay. Alter, was ist das für einen Burger? Was ist das denn? Bruder, die kriegen jeden Burger richtig mächtig hin. Alter, den kenne ich gar nicht den. Ich kenne die auch nicht. Ey, Leute, ich war lange nicht mehr hier, muss ich auch zugeben, ne? Stimmt. Ey, okay, wir sind wieder... Das ist der gleiche. Okay, Leute, wieder die Qualera. King's Beef, das nur mit Bacon. Wir nehmen natürlich wieder den dickeren. Ne, ne, den haben wir schon. Ah, stimmt. Genau, ist drin, Leute. Okay, okay, okay. Okay, dann zurück. Okay, jetzt Macaroni Cheese. Oh, Alter. Oh, da kommt ja wieder diesen Brocken an, ne? Okay, es gibt zwei zur Auswahl. Gabel oder Lynch? Wieder Gabel, ja. Okay, ist vegan. Ist vegan? Nein. Oh mein Gott. Der erste vegane... Boah, Stefan, der Patty schmeckt nicht. Bro. Ey, Leute, wenn der Patty nicht schmeckt, dann... Mach den nicht mit uns, Alter. Ja, Mann. Aber der sieht krass aus. Ja, der muss auch rein. Ja, Mann. Ist der Unterschied? Ne, der ist normal. Vegan oder normal? Ich würde gerade sagen, weil hier ist das Zeichen. Wir nehmen den normalen. Damit wir auch schön Fleisch geschmackt haben. Genau. Ganz kurz hier, was ist das denn? Boah, Macaroni Cheese. Aber die sind voll die besonderen, süßen Sachen, ne? Da ist Mac and Cheese drin. Ey, Leute. Und den müssen wir auch noch holen. Den will ich haben. Den mit Chicken? Okay, den. Komm, mit Chicken. Bis jetzt war fast kein kleiner Burger dabei. Außer den Cheeseburger. Ey, nur fette Burger. Ey, Leute, wir werden platzen. Da steht direkt. Schön. Okay, das haben wir schon alles. Das haben wir schon mal. Okay, das ist auch. Also süße Sachen auch hier abgesaved? Yes. Oh, Mann. Guck mal bitte hier. Okay, yo. Dann kommen wir gleich zu, Leute. Dann kommen wir gleich zu, ne? Eins am anderen. Ja, Mann. Okay. Oh, hier ist unser Lieblingsding. War das Veggie Nuggets? Den hatten wir. Hier ist vegan alles. Oh, okay. Aber die gibt es auch im Normal. Okay, dann holen wir die normalen, Leute. Ja, ja. Ja. Sonst ist das doppelt. Genau. Außer hier gibt es jetzt einen, der nicht bei denen ist. Aber man sieht es immer an einem Novo. Okay. Den können es auch woanders nicht geben. Ja, wo wir ihn nicht werden, in den Original. Okay. Hier Beef, ne? Ja, Beef. Leute, wenn schon, dann schon. Okay. Den hatten wir. Den hatten wir auch. Ich glaube Bier. Ab hier geht's los. Okay. Fett Bacon drauf und Bollette. Ja. Und nicht einzeln drauf? Im Menü. Ah, perfekt. Oder hier auf Beef? Yeah, Beef. Ja, Mann. Okay, jetzt einzeln, ne? Okay, Leute. Der Kollege hier. Beef. Bombe, Alter. Okay. Bacon und Beef. Genau. Let's go. Whopper. Okay, Leute. Das war mein alter Lieblingsburger. Wer weiß noch von der ganzen Zeit. Ja, ja. Mein Lieblingsburger. Klassiker, ne? Okay, der rein. Da wie Whopper ist das gleiche. Okay, ist das gleiche, Leute. Der ist okay. Und der ist wirklich fleischig. Ich weiß noch, weil ich den ausgerufen habe. Okay, Whopper Junior. Und weil ich den ausgerufen habe, danach war ich ein bisschen platt, ne? Der ist so fleischig. Ja, ich weiß. Der reicht schon nicht. Boah, Junge. Big King. Wir haben schon sehr viele mächtige Burger. Wir haben, Leute. Wir chillen ein bisschen. Genau. Es geht jetzt nicht mehr um die Buletten, sondern um die Abwechslung der Burger. Also ich glaube, Burger King wird die Kette sein, wo wir die fleischigsten Burger bekommen. Also die größte Fleischmasse. Also wirklich American Style. Okay. Hey, dein Lieblingsburger. Das ist mein Liebling. Extra long chili cheese, Leute. Das sind Ralapeños, ne? Immer noch dein Lieblings? Wopper würde ich sagen. Ja, der geht immer. Es ist schwer, dass es so will. Ja. So, das ist auch drin. Dann Whopper Bacon Cheese. Er sieht auch richtig crazy aus, ne? Ja, das ist jetzt aber auch zu Whopper. Ist sehr ähnlich. Guck mal da. Das ist der gleiche. Nur mit Bacon. Ja, das ist dann echt das gleiche. Ja. Dann gehen wir ein bisschen auf Abwechslung. Hier, Double Cheese Burger. Okay, der ist nochmal anders. Die Fleisch Paddies. Ja. Okay. Ja. Und nochmal Double Chili Cheese. Oh, mit Ralapeños. Aber richtig dick Ralapeños, ne? Jetzt auch normal Chili Cheese. Dann nehmen wir ihn. Genau. Weil die Rouletten, Leute. Aber wenigstens ordentlich Eiweiß nehmen. Den ganzen Fett. Aha. Okay. Nuggets hatten wir, ne? Hatten wir Pommes schon? Äh, nix, ne? Oh, Pommes. Darf nicht fehlen. Schön einzeln. Oh, Getränke. Ah, okay. Oh, Sprite. Deine Cola. Cola. Deine Panta. Panta. Sprite. Eigentlich die drei legendären Getränke. Ja. Ist das durch, ja? Was haben wir hier noch? Den haben wir jetzt, ne? Einfach ein Hamburger. Jetzt Cheese und Hamburger noch. Ich finde irgendwie schräg hier ein Hamburger. Das finde ich immer so leckes. Ja, Mann. Aber schmeckt richtig gut. Also wegen dem Fleisch. Und wir haben noch diese Körner auf dem Brötchen. Das feiere ich privat sehr. Das Fleisch ist halt wild. Ja. Okay, jetzt muss ich den. So, hier hatten wir jetzt alles, ne? Die Seite haben wir durchgenommen. Das kann übersprungen werden. Oh, wir haben jetzt Leute mittlerweile gelöst. 100 Euro. Das geht nicht. Ich glaube, Mac, es war in der Zwischenzeit teurer, ne? Kann sein. Aber es kommen noch süße Sachen. Aber es kommt noch süßes. Hamburger. Oh yes. Oh yes. Okay. Burger ist alles durch. Ja, haben wir durchgespielt. Alle Burger sind gesaved. Okay, zurück. Jetzt kommen schon zu den süßen Sachen hier, ne? Chicken. Chicken. Ohhhh. Den hatten wir. Warte. Einen von den hatten wir, ne? Den auf jeden Fall. Boah, den Kollegen ja, den Punz. Den weiß ich gerade nicht. Ich glaube, den hatten wir aber. Kommen wir nochmal sehen? Das KFC-Weibs auf jeden Fall. Wir müssen nochmal gucken. Warte, 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 warte. Ich will da jetzt noch nicht zahlen, aber... Ah, wir können gucken. Perfekt. Warte, warte, warte. Okay, wer hat mich? Das ist gut. Okay, noch mehr, was wir wollen, Leute. Okay. Long Chicken. Klassiker. Und dann natürlich den normalen. Einzel. Oh, der ist lecker. Ich glaube die Soße ist auch brutal. Die Soße ist krass. Ja, die ist brutal. Den nehmen wir. Den würde ich feiern. Deiner Zwischensnap. Einzel. So. Risky Chicken, bro. Der hat auch KFC auch. Ja, so ähnlich. Aber Long Chicken auch. Krass. Wir fliegen jetzt durch. Snacks. Gucken wir, ob wir alle schon haben. Okay. Wir haben... Das haben wir. Haben wir auch. Okay, das ist jetzt... Die haben wir nicht. 2 Cheese Fries. Die müssen noch rein. Oh, mit einer Soße. Ist nicht sauer oder sweet? Ja, wir hatten da jetzt noch keine drin. Deswegen geht immer, ne? So. Okay, Wings. Wings. Oh, Birking steht für Wings. Ich fach immer nach Wings bei Birking. Sagen die, haben die nicht. Echt? Immer sagen die, haben die nicht. Und ich finde Birking ist das einzige Laden, der eigentlich für Wings steht. Ja, und die machen gute Wings. Ja. Also einmal hier, die auch nicht. Okay, da sind die wahrscheinlich vergriffen, ne? Ja. Aber hier an der Tafel. Okay, Sechster. Süß-Sauer. Wichtig. Dann Chili Cheese Nuggets. Boah, die fach ich überhaupt nicht. Die hatten wir schon drin. Ja, die haben wir aber schon. Die bloß nicht doppelt, ey. Hier ist alles durch. Snacks. Alles am Start. Okay, jetzt nur noch Sweets. Leute, das sieht aber krass aus. Ja. Ich glaube, Birking hat hier richtig viel. Oh, Schicks. Oh mein Gott. Okay, reicht einer, ne? Einer, aber welcher? Dann so ein Erdbeer. Trinkt man selten, oder? Trinkt man selten. Trinkt man selten, ne? Trinkt man sehr selten. Ein Weg besser? Mehr Weg. Es gibt sogar richtige Becher. Ach so, als ob wir jetzt nochmal hier hingehen, Bruder. Also so, wenn man jetzt Stammkunde ist, kann man das machen. Also spülen und so, glaube ich. Ach so, so ein Ding ist das. Ah, okay. Oh mein Gott. Oh, die haben hier auch so einen McFravey-Style. Oh, Cookie Dog. Alter. Boah, ich fall der war, ne? Cookie Dog. Ey, warte mal, Oreos auch krank, ne? Oder... Cookie Dog. Boah, der, lass den nicht. Ja, richtig. Der lacht mich komplett an. Noch extra Cookie Dog? Ich kann was schon drin. Ja, man. Leute, an den Kalorien scheitert es eh nicht, deswegen... Sein. So, die Kaffee ist noch nett. Wir gucken uns nochmal die Eissorten an. Die hatten hier noch... Das ist ein von denen, ob wir? Genau. Der gleich ist mit Fusion. Hier aber auch was mit Kaffee. Hier noch so ein Sundy? Ja, so ein... Boah, Karamell ist krass. Das ist krass, kennst du das? Karamell geht immer. Ja, okay. Oio kennt man so, ne? Zu gut. Ja, okay. So ein bisschen McSundys dann, ne? Das ist so krass. Okay, eins durch. Wir haben Schuhe aus Hauptmänner. Wir haben Schuhe einzeln, ne? Ah, okay, ich soll mal eine Auswahl. Oh. Boah, ich feiere das, dass das so die Schuhe ist, aber so... Okay, die haben wir aber. So andere Kombis, aber wir haben schon, ne? Ich glaube, wir haben die mit Zimt, ne? Das glaube ich auch. Okay, Leute, da haben wir die schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, okay. Oh mein Gott. Am Ende so nachtig, da werden wir uns reinlegen. Blondie? Oh ja, das ist mal selten, ne? Das brauchen wir nicht, haben wir? Dann lass so einen Blondie nehmen. Genau. Wow. Ey krass, hab ich noch nie gegessen. Leute, bin ich sehr gespannt drauf. Ich feiere das Waffel macht geile Sweeties, ne? Wo ist eigentlich diese belgische Waffel? Die legendäre? Ja. Zum Ende. Richtig. Oder das wird der Endgegner. Ja. Und die letzten Sachen. Doma. Dicker Doma. Ganz wichtig. Auch American style. Die letzte Sache, Leute. Apfelbanane. Apfelbanane. Bio, Leute. Leute, ein paar Vitamine. Wenn da überhaupt Vitamine drin sind. Bio, ganz wichtig jetzt noch. Okay, okay, okay. Ich glaube das war's. Oh. Junior, da ist alles nochmal drin. Aber in klein. Das haben wir aber schon. Das haben wir. Leute, wir haben einfach alles. Wirklich? Wirklich. Bruder, denkst du wir werden mehr platzen als bei Meckes? Boah, die Burger sind schon sehr fleischig. Die sind schon sehr fleischig, ne? Ja. Also ich glaube, der Preis. Oh, es ist deutlich günstiger. 2,40 Euro. Ey, es ist doch um die 8 Euro günstiger, ne? Das geht für 50. Krass. Also hättest du nicht gedacht, dass es günstiger ist? Obwohl das vom Volumen wahrscheinlich mehr sättigt. Ja. Okay, krass. Okay, Leute, alles... Oh, Leute. Alles ist drin. Also der Tisch wird auf jeden Fall gleich platzen. Aber die Burger sind glaube ich schon mächtig. Ja, deswegen. Ich habe Respekt vor den Bürgern. Ich habe ein bisschen Angst, wie wir uns danach fühlen werden. Ich habe auch Angst, aber... Aber ich habe krass Hunger, ne? Bro, Bro. Wir zahlen jetzt erst. Wir zahlen? Direkt. Leute, das ist der Erfolg. Ganz wichtig. Mal gucken, wie lange es dauert. Und wir haben Bestandungen 7, 6, 3. Yes, Sir. Leute, diesen Custom-Bank zeigen wir jetzt an unserer WhatsApp-Gruppe. Den kriegen jetzt alle zu sehen. Ja, Mann. Update kommt auch gleich, wenn der Tisch voll ist. Deswegen folgt uns unbedingt auch an der WhatsApp-Gruppe. Dann kriegt ihr alles mit, bevor das Video online geht. Das ist der Baum, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir warten. Gucken, wie lange die brauchen. Okay, Leute. In der Wartezeit gerade Thumbnail gemacht. Man glaubt, das Essen brauchen wir fertig. Weil der Kampf hat ein älterer Herr, er meint Essen. Genau. Wenn die jetzt wirklich gerade fertig sind. Aber Leute. Es ist wichtiger, gerade jemanden zu grüßen, als was er hat. BAM! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch noch viel grüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ganz wichtig. Und schaut einen Kommentar mit Hashglocke aktivieren. Und ihr habt die Chance, hier von uns gegrüßt zu werden. Und im Video eingeblendet zu werden. Viel Glück! Yes, Leute. Wenn ihr uns supporten wollt und wenn ihr wollt, gönnt euch kuscheligen Merch. Eigentlich Zeit für ein Hoodie. Boah, ich hätte jetzt liebsten meinen Hoodie an. Gibt es auch meinen Hoodie an. Aber T-Shirts tun es auch erstmal. Ja, man. Weil es ist gerade der Umschwung zwischen Sommer und... Langsam, es wird kalt. Ich packe es jedes Mal mit meinem Hoodie aus. Gönnt euch einen Hoodie. Wird uns extrem freuen, Leute. Checkt ihr unbedingt ab. Und wenn ihr euch für Gaming interessiert, vor allem Horror-Games, checkt unseren Horror-Gaming-Kanal ab. Und zwar Brownies. Yes. Dort kommt täglich... Nein, nicht täglich, aber... Regelmäßig Horror-Games mit krassen Jumpscares. Checkt es unbedingt ab. Die produzieren wir auch live. Genau. Wir sind da einmal die Woche live, Minimum. Da könnt ihr auch sehen, wie die produzieren. Yes. Checkt es unbedingt ab. Abonnieren, Glock aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Und wir gucken jetzt, ob das Essen fährt. Ja, man bin gespannt. Okay, das wäre jetzt krass, Bruder. Ich glaube, es waren nur 10 Minuten. Ja, ja. Leute. Wir haben... Genau 18. Ebenmal... Ich glaube, wir haben sieben nachbestellt. Das wäre jetzt 10 Minuten. Das wäre deutscher Rekord. Vor allem für Burger King. Das wäre zu krass. Spiel schon fertig? 753. Genau. Okay. Das war's. Okay, okay. War krass. Genau. Ich glaube. War sehr viel deswegen. Okay, sieht kompakt aus, Leute. Das ist anscheinend... Also... Ich schon fand ich. Okay, nice. Ciao, ciao. Crazy. Leute, das ist es. Ey. Das und das. Aber ich muss sagen, beim Mac ist es mir auch schon aufgefallen, dass alles so klein verpuckt ist. Es sind halt viele Burger, die zusammengepresstet sind. Die sind Profis. Sie wissen, wie die jetzt zusammenpresstet sind. Zuhause wird abgerechnet. Oh, Leute. Wir sehen uns ja gleich an einem vollen Tisch. Genau. Ich hoffe, alles ist da, aber... Ja, kontrolliert wird dann am Tisch, ne? Alter. Ja, man. Jetzt ab nach Hause wird's... Noch hab ich Hunger. Ja, man. Jetzt geht's ans Essen. Ja, man. Freu mich, Bruder. Let's go. Leute, wir haben gerade gemerkt, da ist gar kein Eis dabei. Wir wollten gerade nach Hause fahren. Und ich hab grad die Tüten kontrolliert. Da sind keine Donuts und so. Eis hat gefällt und die Süßwaren. Ganz süß sagen, Leute. Wir steppen jetzt noch mal rein. Also, Burger ohne Ende. Wir müssen jetzt noch mal rein. What the hell, Alter. Das ist ja unser Content hier, ne? Alter. Wir wollen uns verarschen hier, Alter. Also, das zeigt, dass die so schnell waren, aber... Hier steht alles auf Kassenbon. Blondie, die ist das. Mal gucken jetzt. Da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Ja, Mann. Haben wir zu früh genommen. What the hell, Alter. Wir wollen die uns ja einfach wegschicken, Alter. Bei unserer Bestellung. Eis. Eis war gar nicht dabei. Und die Süßwaren. Und diese Hot Brownies und sowas. Wiesen Sachen, ne? Genau waren... Da waren jetzt nur Burger drin. Welche Nummer hat ihr noch? Äh, 763. Ihr habt uns gebrankt. Ihr habt uns gebrankt. Die Hälfte war drin, du. Was ist da los? Genau, die ganzen Süßsachen. Aber, ähm... Das war, genau. Das, ja. Nur die Süßsachen, genau. Nur Süßsachen. Und die Eise, ja. Süßsachen und Eis. Okay. Okay, dann warten wir noch mal. Wir wollen fett gebrankt. Wir wollen dick gebrankt, Leute. What the hell? Ja, wir sehen es ja zu Hause nochmal, ob wir wirklich alles haben, Leute. Seid aufmerksam in den Comics. Und für die Wissenschaft werden wir ja maximal fett. Ja, wir wollen jetzt nicht jedes einzelne nochmal auspacken. Ja, ja. Aber hast du auch die Zwiebeln hier gesehen? Ja, sowas war, glaubst du? Da waren diese länglichen Tüten. Das sah jetzt so aus wie das, weißt du? Okay, Leute. Yes. Egal, wir werden zerkraften, Leute. Ja, machen wir. Der Schmerz sitzt. Aber wenn ihr gleich die Ware kommt, dann freuen wir uns. Start dafür. Ja, ja. Wie gesagt, wir wurden hier geprankt. So, die letzte Ware nochmal abgeholt. Alles ist jetzt da. Nice. Jetzt ist er glücklich, Leute. Yes. Jetzt können wir in Frieden fett lernen. Jetzt können wir in Frieden das Fasten brechen. Let's go. So, Leute. So, vorher, oder? Vorher in Frage. Gucken, wie viel du weißt. Ich bin ja übrigens am Schwellen gerade, ne? Stimmt. Ob es schon die 60 Kilo sind oder nicht. Wow. 83. Letzter warst du 84. Leute, Leute, Leute. Ich hoffe, man sieht's auch. Bald. Kein Punkt gerade, ne? Bald bei einem kleinen Windstoß fliegt Kelpen weg, Leute. Die Muskulatur ist da, mein Lieber. Hä? Ich bin schon ein kräftiges Kältchen. Habt ihr mal keine Sorgen. Hahaha. Okay. Du Geschmäcki, was willst du echt? Oh, Freund. Du hast ja geschmeckt, was? Du musst dir auch stabil dastehen. Auf, da, Junge. Du musst dir auch stabil dastehen. Uah. Oh. Ja. 90,6. Aber, Leute. Ich bin jetzt auch auf Masse gerade. Da fliegt doch schon die Waage weg. Also? Leute, 110 Kilo, komm. Biest. Aber wir haben's doch mal aufbohrtig im Fresh, ne? Leute, ich geh fett in den Aufbau. Bis Februar. Ich zieh die Aufbohricht durch. Oder du wirst die 60er kurs an 6 Stunden alle. Bis die 120 Kilo auf Wadigstehen. Du bist schwarz. Aber 100 Kilo, denke ich, werden geknackt. Wie viele Kalorien, Bruder? Du hast alles jetzt mühevoll in die App eingetragen. Okay. Die letzte Sache kommt jetzt noch rein. Der Burger King Bacon Cheese Beef. Bacon Cheese Beef. Oder ist das für ein Name? Double. Ah, hier. Boah, traurige Kalorien hat der. Okay. Ich bin jetzt sehr gespannt. Was glaubst du? Boah, letztes Mal, ich weiß mal, Meckes war, glaube ich, 20.000. Ich sage jetzt 25.000. Meinst du mehr? Irgendwie sind die Bomben, die Burger. Irgendwie sind die wuchtiger, ne? Ich glaube so 22.000. Ich sage 25.000. Okay, ich gebe jetzt ein. Okay. Bam. Wir haben 17.000 Kalorien diesmal. Okay, diesmal ein bisschen weniger als Meckes, aber fast gleich. Aber fast gleich, ne? 17.000 Kalorien, Alter. Ich bin gespannt, wie diese Kalorien sich auch anfühlen. Denn, wie gesagt, kriegst du sehr viel Eiweiß, viele Buletten. Also nochmal wuchtig, ne? Bruder, einfach. Bruder, ja. Einfach crazy, ja. Ja, Mann, stark. Okay, Leute, wir sehen uns ja gleich am Tisch. Yes. Okay, Leute, das ist alles von Burger King. Ja, Burger. Also man sieht, es ist mehr Burgermasse. Auf jeden Fall. Die sind sehr fleischig, ne? Ja, die sind halt fett, die Burger, ne? Die hauen richtig gut rein. Die werden auf jeden Fall sättigen. Ich glaube, diesmal ist mehr Eiweiß am Start. Ich glaube auch. Für die Gains ein bisschen besser. Ja, Mann. Aber ja, Mann. Hier vorne haben wir süße Sachen. Gab es gar nicht so viel, aber... Es war okay, ne? Überschaubar. Das stimmt, Belgische. Waffeln gab es gar nicht. Irgendwie war die an der Tafel gar nicht, ne? Die waren da gar nicht. Die waren immer wild bei Burger King, aber... Churros von mir am Start. Zimtzucker. Können wir schon mal drüber machen? Boah, ja. Die müssen drüber. Aber ich denke mal, wir hauen erstmal das Herzhafte weg, ne? Würde ich auch sagen, 100%. Schön Zimtzucker hier auch noch. Churros ist schon eine feine Sache. Churros ist krass. Ja. Kenn dich doch damals vom Freizeitpark. Da habe ich jetzt zum ersten Mal gegessen. Genau. Also... Nice. Sehr lecker. Okay. Okay, natürlich wieder Burger, wir pack damit an, ne? Eis haben wir auch noch ein paar Getränke. Eis auch noch hier, Getränke. Und dieser Quetschi hier. Okay, okay, okay. Würde ich sagen, Bruder. Erstmal einen miesen Burger in die Hand. Boah, der sieht ja richtig fett aus. Was ist das, Bruder, Leute? Ein Dampf, oder? Ich glaube, da müssen wir... Schnicksack Schnuck machen, vielleicht. Würde der Anfang Schnicksack Schnuck? Weil jetzt haben wir ja noch die ersten... Burger genießen wir noch. Und danach irgendwann... Die drei hier sind absolute Kolosse. Ja, dann gucken wir mal rein hier. Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare... Wow, 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 wow. Welchen... Auf was hättet ihr am meisten Bock? Ja, halt reinbeißen, Digga. Auf was hättet ihr am meisten Bock vom Tisch? Was würdet ihr jetzt essen? Welchen würdet ihr am liebsten essen, Leute? Ganz rein. Leute, der sieht heftig aus. Schick mir den Schnicksack Schnuck, Bruder. Der Schnicksack Schnuck, Bruder. Der Schnicksack Schnuck, Bruder. Will direkt da reinbeißen, ne? Ja, Mann. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Mist. Das tut mir weh. Das tut mir weh. Ganz allein näher. Hier, kannst du ja einen von den Pettchen nehmen. Der wäre jetzt noch krass, Bruder. Die sind heftig. Boah. Aber der wäre jetzt am ehemalsten verfackt. Alter, hätte ich gerne mit angefangen. Aber egal. Gönne ich dir, oder? Bro. Bro, 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 bro. Der sieht zu krass aus, Bruder. Mit Brioche-Bahn, alles. Chicken, Bruder. Perfekter Burger. Boah. Junge, Junge, Junge. Alter. Du musst ganz kurz noch in den reingucken, mit welchen ich anfange. Einer war mit dem Mac & Cheese, glaube ich. Hast du mir den Double geholt? Ich bin gar nicht sicher. Ja, wir haben schon ein paar Double geholtchen. Genau. Genau. Zu gefettet. Boah, wir haben den. Ja, Mann. Okay, komm, falsch mit dem an. Auch Chicken. Boah, da habe ich auch so gefettet. Bei der Main Chicken Burger. Chicken Burger. Boah. Okay, das Festmahl. Würde eröffnet, Leute. Das ist natürlich absolut ungesund. Nicht nachmachen, ne? Bleibt gesund, Leute. Bleibt gesund, Leute. Aber wir machen das als Experiment einfach. Lehnt euch zurück. Und wir fasten auch danach. Ja, eine Woche fasten wahrscheinlich. So lange wie möglich einfach. Nur Eiweiß und Vitamine, Spure und Elemente. Aber jeder hat... Warte, waren 17.000 Kalorien? Jeder hat die... 8.500 Kalorien. 8.500, genau. Ist stramm. Wie schön das sind? Warte, pro Tag sonst 3.000? Das hat mal so 2-3.000, der Mensch. Zwei Tage fasten. Ja, so 2-3 Tage. Ja, so 2 Tage. Das geht dann, ne? Genau, genau. Bro, oder? Cheers. Cheers. Deiner sieht trocken aus. Man, spiel den Arzt. Ah! Mh. Mh. Boah, das Chicken ist gut. Oh, die Soße ist bei mir hier oben. Also geht. Boah, wie von KFC? Ja. Mh. Sieht da sehr hübsch aus, der Burger. Der ist geil, Mann. Was ist das denn so, Alter? Mh. Mh. Die ersten Burger... Mh. Sind die geilsten. Die geilsten. Der ist geil, aber warum ist der grün drin, Bruder? Du hast recht, meine... Leute, seht ihr das? Sieht man das? Das ist einfach grün, Mann. Soße? Das Brot. Oh. Immerhin ein Gemüse, Bruder. Der ist echt speziell. Meiner ist echt ein bisschen trockener, aber weil es der erste ist, merke ich das noch nicht so. Mhm. Mh. Auf jeden Fall lecker. Aber ich kann auch Soße nehmen zum Dippen. Mh. Gleiches Tempo. Mh. Ja. Aber der erste ist easy. Mh. Meiner ist richtig saftig. Der war mächtig, ne? Mh. Volumen ist höher. Mh. 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 Der war ein bisschen schade sogar im Enderwenden. Mh. Meiner war gut. Aber die Soße war ein bisschen komisch. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht doch dribbeln müssen. Mal was Süßes. Mal Burger. Kann man wegziehen, ne? So mächtig ist es. Du brauchst für den Kopf kurz mal was anderes. Aber jetzt auch klein. Boah, ich liebe Long Chicken. Okay, okay, okay. Aber ich hatte gerade schon Chicken. Weißt du, ich nehme so einen Hamburger erstmal auf Lässig. What a Hamburger. Hamburger, Hamburger, Hamburger. So, it's a long chicken. Boah, dann Nuggets, Digga. Long Chicken. Boah, direkt Vergleich. Nuggets. Leute, Süß-Sauer direkt. Leute, die Nuggets erstmal gefetzen. Leute, cheers. Ich geh jetzt wohl rein damit, ja. Die Soße nicht auf, man. Mh. Schmeckt nach Butter, irgendwie. Esst jetzt drauf und krieg die Soße nicht auf. Die Soße schmeckt nach Butter, irgendwie komisch. Boah. Aber die sind komplett anders als Meckes. Die waren nicht Veggie, ne? Ich soll probieren. Die Veggie, Alter. Ganz anders, irgendwie. Ah. Ist das, ist das hier. Doch. Die sind vegan. Aber es steht überall irgendwie. Mhm. Also irgendwie schmecken die Veggie. Mhm. Hechteck nicht so geil. Mhm. Na, man merkt, es ist vielleicht echtes Fleisch. Ja. Die Veggie Soße jetzt gebrauchen können, aber ich weiß, die Nuggets nicht so aufmachen. Meine Hände sind zu fettig. Oh. Das sind jetzt so andere Nuggets, so Käse-Dinger, ne? Aber die fehl ich nicht so. Ah, ja. Bin ich auch nicht so Fan von. Ah, hebe ich mir doch auf. Oh. Chili-Cheese-Nugget. Einfach ein Hamburger. Ich finde das so vom Kopf her, so ist irgendwie so ein Meckes-Ding. Aber auch Burger-Kling hat natürlich ein Hamburger. Aber halt mit diesen. Aber hier schmeckt der geil auf jeden Fall. Ich glaube der ist schon fleischiger hier, ne? Man merkt, es ist ja so mini. Mal gucken, was der kann. Wow. Irgendwie stabil. Long Chicken enttäuscht mich gerade richtig. Hamburger ist so classic, ey. Gell. Nicht zufrieden? Trocken. Die Soße schmeckt nach Butter. Mhm. Ganz komisch. Sehr schnell weg. Irgendwie mag ich den Mix gerade. Zwischen Burgern und dann so kleinen Kram. Wohl. Ich krieg die Soße nicht auf. Ich brauch sie jetzt, Mann. Da mit Soße brauchst du gar nicht. Da ist doch Soße. Da ist Käse drin. Das ist ja Käse in dem Fall. Ja. Okay. Boah, wo ist die? Die haben die Ringleys vergessen. Ja. Die Ringle-Pommes. Nein. Das war, genau. Das, ja. Unsere Pommes. Moment, Alter. Wir haben dich face to face gesehen, wenn du das Video siehst. Bruder. Du willst mich pranken, ne? Hm? Der will mich pranken, Bruder. Ich hab mich nicht drauf gefreut eigentlich jetzt. Das gibt mir Anzeige. Das gibt mir Anzeige. Wir kommen noch mal rum, die Tage, mein Lieber. Wir haben bezahlt dafür. Hm? So nicht. Haben Selfie gemacht, ne? Wenn du das Post dran schreiben, hast bei den Jungs die Onion Wings vergessen. Und normale Pommes. Ey, Bruder. So ist es mit uns. Anzeige raus. Bruder, was machst du eigentlich... Was machst du eigentlich raus? Was machst du eigentlich beruflich? Anzeige gegen Burger King. Nein, nein. Vielleicht tut Dieter noch nebenbei halt Stress. Wollen wir aber nicht so sein, ne? Aber die Kalorien fetzen trotzdem, Alter. Und geil. Die Soßen brauche ich schlecht für den Burger, Alter. Boah, Wings, Alter. Bruder. Wenigstens Wings. Warte mal, was ist das? Ein Burger, Bruder? Digga! Da ist ein Schnitzel drauf und zwei Buletten. Was ist das? Zweimal Beef? Und dieser Schnitzel, war das der Mac'n Cheese? Kann sein, dass Mac'n Cheese ist. Warum ist das Beef? Haben die einen Freestyle in der Küche gemacht? Oder ist der Burger so? Plus Mac'n Cheese. Oh mein Gott. Boah, Leute. Das ist so mächtig jetzt. Ich krieg diese Soßen nicht auf, Bruder. Warum sind die so schwer verpackt? Wings, Bruder. Warum willst du Sour Cream mit Rings arbeiten, Bro? Ne, süßes aus. Was ist bei dir los? Bruder, die Rings sehen kratzt aus. Oh mein Gott. Vor allem die hießen Flaming Wings. Das heißt, die sind scharf. Jetzt mal real talk mehr, wenn du grad reinbeißt. Ja, würde doch alle reinbeißen. Lange nicht mehr. Burger macht echt gute Wings. Ganz ehrlich, selbst die Veganer wollen die doch jetzt reinbeißen. Könnt ihr mir doch keiner zählen. Oh, geil. Stipp hin. Rein ins Vergnügen. Boah, Burger macht die. Besten Fast Wings. Ich schwör's dir. Das sind doch irgendwie die Einzelnen, die verkaufen. Da traut sich keiner an. Oder doch, Mac'n Cheese auch? Alle auch? Waren die auch wenigst? Mh. 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 Zu locker. Mh. Mh. Boah, die waren aber scharf. Ja. Die scharf ja. Die hießen Flaming Wings. Die waren aber extra drauf, ne? Richtig geil, Alter. Aber perfekte Scharfe. Feier ich auch. Nicht so eklisch scharf. Boah, eigentlich... Ganz ehrlich? Jetzt feier ich das gerade. Löschen. Ey, Leute. Lass sie mal diese Churros hier wegkauen, Alter. Süßige Dekatesse. Oh, mein Gott. Mh. Ich bin gespannt, was sie jetzt können, ne? Ey, Subway hat auch Churros auf einmal, ne? Was ist los mit den Leuten? Bruna. Aber Zimtzucker reicht. Muska in die Schokosoße. Ich mach die auch Plastik, ne? Ja. Ist ähnlich wie beim Donut. Du brauchst nicht so viel. Mh. Sonst schmeckst du nicht mal die Churros. Oh, mein Gott. Alter. Boah, diese Süße. Ich bin gar kein Süßigkeiten-Fan, aber so Gebäcke sind schon manchmal eine geile Sache. Mh. Hört Zimt underrated. Unter wie Butter, ne? Mh. Mh. Boah. So eigentlich glaube ich los gerade. Boah, jetzt kann das genau richtig, ne? Ja. Lass erstmal alle süßen Sachen wegkauen. Hm. Ist gerade so. Hot Blondie. Ja, wir sind gerade so... Boah, den kenn ich noch gar nicht, den Hot Blondie. Willst du Blondie oder Brownie? Ich würde sogar falschen Blondie nehmen. Ich nehm den Brownie, weil... Wegen Brownies, Leute. Checkt Brownies auch. Ja, Mann, Leute. Unser Gaming-Kanal, Leute. Link in der Beschreibung. Ist so. Aber wir können den so raus, ne? Hey, wir können den raus. Boah, in der Mitte ist noch geschmolz, ne? Oh mein Gott. Schokolade, Bro. Und da? Vanille? Vanille, Alter. Lass in der Mitte erstmal beißen. Guck mal, wir gucken mal, was da drin ist, ne? Der Inhalt. Ja, zeig euch den Inhalt, Leute. Mh. Mh. Was ist das für den Sande? Boah. Boah. Hallo, wie geil. Mh. Boah, das ist direkt auf der Zunge zergangen, ne? Ich schwör. Ey, die waren so weich, Leute. Vor allem bei mir war dieses Schokolade... Was war bei dir drin? Vanille. Oh. Das war direkt flüssig, Alter. Hätte ich auch mal gern probiert, aber jetzt ist es leider zu spät. Hälfte, Hälfte machen, Granat. Komm. Oh. Oh, warte ganz kurz. Hier war auch noch was Besonderes. Kannte ich gar nicht, Leute. Was ist das? Was ist das? Ah, diese Mac-n-Cheese-Tasche. Mh. Da war Mac-n-Cheese drin. Hast du was Herzhaftes mit dir? Oh, jetzt noch eine Füllung. Oh, wie geil. Zuckofüllung. Ey, das und dann das hinterher. Was ist das für die Kombi, Bro? Mh. Ist das Herzhaft? Achso. Ich dachte, das wäre unter süßen Sachen. Achso. Probier. Es riecht ja auch Herzhaft. Kann sein. Vielleicht ist es auch süß? Warte mal. Das sind Nudeln? Mac-n-Cheese. Ach, Mac-n-Cheese. Mh. Lol. Okay, jetzt wäre zu verrückt die Kombi. Mh. 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 Geht immer hin, Jonas. Boah. Boah. Leute, Eis von Fart geschmolzen. Das jetzt hinterher. Boah, Leute, jetzt essen wir das Eiswetzen und danach diese zwei Teile hier, ey. Das ist aber flüssig, Alter. Mh. Mh. Boah. Egal, es ist so flüssig, das ist albern. Mh. Ich trinke halt, Alter. Leute, cheers. Man denkt, es klingt perverser als es ist eigentlich, ne? Mh. 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 Jetzt habe ich Echsen. Oh, da schauen wir diesen Quetsch hier jetzt noch in der. Ich sponne, wie das schmeckt. Mh. Mh. Wie Apfelmus. Mh. 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 Boah, falls das nicht pervers. Nach dem Eis so ein Quetsching. Es geht, war so wie Apfelmus. Es ist so wie so eine Apfeltasche. Okay, da geht es noch, ne? Bisschen Apfeltaschenmodus. Ey, du kannst ehrlich, komm. Lass es mal probieren. Ich kenne es gar nicht mehr. Ich bin mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Sieht aber interessant aus. Mh. Mh. Einfach Nudeln da drin. Ey, das ist erst mal voll komisch, ne? Aber wenn man das... Geil. Irgendwas anderes. Bei Nudeln in der Bulette, Alter. Weil Nudeln sind lecker. Das ist halt so eine Kohlenhydratpanade. Die Nudeln kommen Welt. Mh. Erwartet man nicht so von Burger King, aber das glaube ich auch in diesen Burger drin. Echt jetzt? Mh. Ja. Ist okay. Ja. Ich würde mich ehrlich sagen nicht voll, aber so ist ganz okay. Boah. Ey, das war jetzt gerade so trocken, diese Panade. Lass mal trinken. Oh, Fanta. Bruder, das Ding ist fast ganz aufgeweicht, ne? Was ist mit den Dings passiert? Mit den Papierdingern? Aber die halten. Weichen komplett drauf. Aber die müssen ja halten, ne? Ich glaube, die sind komplett aus Papier. Ich glaube, damals waren die aus Plastik, oder? Krass, krass. Ja, ja. Aber die halten. So weiß. Aber es ist ja aufgeweicht auf jeden Fall. Cheers from Fanta to Sprite. Ich bin immer der Sprite-Typ. Cola, Fanta to Spice. Ich trinke selten Fanta, muss ich sagen. Aber ich habe mir jetzt Zero Fanta aus Holland geholt. Ja. Zero ist geil. Ist irgendwie nichts langfristiges. Irgendwas zu süß, ne? Aber Sprite geht immer so. Limette-mäßige. Ja, ist erfrischend, ne? Tschüss. In der Sinne, Leute. Boah, Sprite geht immer. Mein Ding ist alleine am Wasser geschmeckt, Fanta. Was haben wir denn hier? Boah, sehr wässig. Oh, jetzt noch ein Erdbeer-Shake. Ein Erdbeer-Shake haben wir hier sogar. Ein Shake noch, was Süßes und eine Cola. Sollen wir den teilen? Sonst drum streiten. Äh, ich glaube, ich trinke jetzt nebenbei die Cola. Wobei, der Shake noch ein paar Burger. Die Cola auch zum Essen weg. Das passt. Zum Runterrutschen. Ja, zum Runterrutschen. Weil jetzt die Burger, die werden jetzt immer... Leute, ich bin doch langsam satt, ne? Eigentlich Pommes mit Shake, Alter. Ich bin lange echt satt. Langsam, ja. Also, es geht noch zwei rein. Wir haben noch viel vor uns. Hier ist noch ein heftiger Burger. Deswegen, es ist gar nicht mal Sättigung zu reden. Ich lass nach Kopf weg. Ey, ich bin satt. Ne, ne, ich bin aktiv. Gelocker aktiv. Ich glaube, ich arbeite jetzt an dem Burger hier. Boah, Krispy Chicken, oder? Leute, das ist ja ein Projekt. Ein Mammut, Alter. Der Mammut zum Projekt. Boah, aber den fühle ich hier. Das ist ein Krispy Chicken, ne? Oh, ja, ja. Oder Chicken Nugget Burger? Ja, doch. Chicken Nugget, wenn du es auch willst. Alter, das ist etwas frisch. Aber Krispy Chicken, doch, doch. Das ist eigentlich gut. Das kann man machen, so. Der kommt jetzt aber frisch. Cheers, Leute. Boah, das Fleisch ist krass. Also, das Beef. Dünniges Ding, ne? Aber da ist echt Eiweiß drin, ne? Werfen Beef ist anders. Fleischig, ne? Aber jetzt schnell weg. Jetzt brauche ich den Erdbeer-Check, ne? Ich merke langsam, die Burger machen sich fett, Alter. Wie fett ist dieser Burger, Alter. Ein Biest. Boah. Auf den Burger habe ich mich sogar gefreut. Oh mein Gott, das ist geil. Haben wir eben was drauf raus? Ja, Mann. Chicken Nugget Burger. Verhältst du den geilen Soßen, Mann. Der ist einsartig. Ey, ich fühle das gerade mit der Erdbeer-Soße. Äh, Erdbeer-Drington. Langsam werde ich echt satt, ne? Birkin ist sowas anders vom Volumen. Deswegen, Leute. Auch wenn das weniger Kalorie als Meckes war, es ist trotzdem voll wuchtig. Das ist sauf. Oh, das ist nicht sauer, Alter. Aber das ist geil. Wenn man so guckt. Das Heftigste ist weg. Hier ist noch ein Heavy. Okay, das ist sicherlich. Heavy kann ich nicht mehr. Hier ist auch noch ein Fett ab. Das Projekt hier vor mir. Und der ist wirklich gesättigt jetzt, ne? Ja. Also jetzt merkt man dieses Fleisch und diese Boletten. Ja, sehr viel Fleisch. Du hattest drei Boletten gerade, ne? Das sättigt schon krass. Ja, ja. Heftig, Mann. Heftig. Okay. Also, Erdbeer-Soße und Burger. Das ist mein System. Hin und her. Ich glaube, hier haben wir einen Double Cheeseburger oder so. Oder einen normalen... Ja, Double Cheeseburger. Bei mir Whopper. Das ist ein Double Whopper, glaube ich, ne? Ist gut saftig. Ne, ein Whopper normal. Sogar mein Lieblingsburger. Leute, ich mache jetzt nach jedem schlucken, glaube ich, echt einen Erdbeer-Dring. Kann ich mehr machen. Also, das Projekt ist härter als ich denke hier gerade. Also, ich merke jetzt auch langsam. Alter. Langsam besonders. Hier sitzen richtig, die Burger. Mhm. Aber bringt ja alles nichts. Rein damit, Mann. Und der ist bisschen langweilig. Ja? Was ist das, meine? Ich glaube, Double Cheese. Nicht mehr viel, ne? Drei bisschen und der ist weg. Let's go. Geist es ab, Bro. Also, what a fact. Ey, oh mein Gott. Ist dick satt, ne? Guck mal, Big King XL. Ich sag ja. Okay, Chili Cheese. Den hau ich weg. Okay. Big King XL, der ist noch groß. Und noch drei kleine, Bro. Spannendes System hier. Ich wollte gerade sagen, ich wollte dir Mitleid geben. Auf einmal, du schiefst mir den zu. Jeder ein Großen. Ja gut, die sind beide wuchtig. Und du hast davor auch deine Ausgabe gemacht. Und diese eigene aber krass. Mit den zwei Blätter und dann... Ja, der, Bruder. Ich hab drei Tage natürlich auch. Ich war froh, dass ich den nicht essen musste. Jetzt mal ein kleiner lieber den Großen. Warum? Erst mal die Großen, dann kleine Ballerl mehr schnell weg. Aber wir haben es ja fast geschafft. Ja, ich sagte... Ey, ich freue mich aber gerade nochmal, weil... Hier ist einfach bacon, Alter. Also es hat so nochmal ein anderer Vibe. Weißt du so? Für den Kopf jetzt. Wenigstens anders. Oha. Und so Fettsoße drauf. So mein Lieblingsburger. Hier Chili Cheese extra long. Lang nicht mehr gegessen nach dem Bruder. Ich bin trotzdem totes seit, aber ich versuch's mir schön zu reden. Cheers, Bro. Bruder, cheers, ja? Mh. Der ist leftig, Alter. Der ist immer noch geil, der Bruder. Der Liebste, ne? Der ist es. Auch hier so fleischig, Alter. Alle wirklich mächtig, ne? Die Burger. Also der Fleisch Bock hat. Das Burger King echt. Krass am Start. Der Pfeil ist irgendwie mehr. Die Burger bei Burger King. Wenn man Fleisch will auf jeden Fall. Scharf, ja? Das braucht voll lange, Alter. Bisschen mehr als die Hälfte. Leute, wir haben also drei Bissen. Die letzten Burger, Leute. Die letzten drei Burger. Ich wünsche mir bitte, dass du zwei von diesen kleinen Burger isst. Boah, ist so scharf, ne? Oh mein Gott. Bruder. Also noch ein bisschen Milchick. Aber der hilft mir echt gut. Guck mal, was sollen wir hier? Oh, ein trockener Hamburger, Alter. Der kommt perfekt. Aber der ist perfekt. Klein, fein. Schön trocken. Du brauchst das Trocken, Bruder. Oh mein Gott. Alter, du kannst dich fassen, ne? Die letzten. Bruder, was haben wir hier? Verdammten Burger. Ein Hamburger habe ich. Normaler Hamburger? Ganz basic hier? Ne. Ich hatte gerade einen. Ein Ralapeño Hamburger? Ah, ein Chili Cheeseburger. Ach, ein Chili Cheeseburger. Ganz einfach. Den letzten Cheeseburger. Leute, dann ist es geschafft. Alter. Dann? Haben wir alles geschafft, Bruder? Ja, wir haben es geschafft, Bruder. Alter. Burger Heen Challenge? Alter. Auch dann geschafft. Ja, die waren nochmal, aber ist mal interessant. Jede Kette ist anders, ne? Oh, wir haben die Sour Cream vergessen. Weißt du was aus Prinzip? Da muss nochmal reingedippt werden. Oder komm, wir pimpen den auf. Wir pimpen. Wir machen jetzt einen Tuning. Damit der nicht so trocken ist. Ein bisschen Freude dran haben. Ballern wir dickstes Sour Cream mit drauf. Leute, fetter Klumpen. Sour Cream. Neue Kreation. Ein bisschen verreiben hier an den Bruder. Oder mal gucken. Ja, ich wollte ja eigentlich mit den Onion Rings, die der Mitarbeiter leider vergessen hat. Cheers. Grüße nochmal an dich. Letzter Burger Bro, Bruder. Ich hoffe das. Mh. Mh. Alter, ja. Alter, ich bin so voll, ne? Also das ganze Fleisch. Ich glaube diesmal ein bisschen mehr Eiweiß als bei Meckes. Boah. Bro. Ich hab immer noch Schärfe von den Ralapeños gerade. Echt? Boah. Dann befinde ich immer mal Schärfe. Alter. Wir haben es geschafft, Bruder. Also Meckes war teurer, mehr Kalorien. Und vielleicht war ich ein Ticken mehr am Arsch bei Meckes. Ja. Also hier war wenigstens ein bisschen. Da haben sie die Kalorien dann doch ausgemacht. Ja. Also die Kalorien machen die schon platt. Safe, safe, safe. Aber es war trotzdem Wucht, dieses Volumen. Aber es war trotzdem sehr viel wieder. Und du hast kein Bock mehr auf Fleisch. Ja, jetzt. Reicht erst mal. Ich würde sagen, wir biegen uns jetzt aber. Erstmal wiegen dann. Wie viel haben wir zugenommen? Ich bin echt gespannt. Hallo Leute. Bro, gehen wir drauf jetzt. Vorher 83. Komma 3. Okay. Mal gucken, was wir jetzt abgedacht haben. Und wir haben... 88. Ey, wie viel auf ein Kilo? 5 Kilo. 5 Kilo zugegeben. Boah. Obwohl das weniger Kalorien gesamt als Meckes waren. Die hauen gut rein. Aber die Brogger waren wuchtig. Das sieht man daran. Ja, klar. 5 Kilo ist 5 Kilo, ne? Boah, okay. Bruder, du hast 1,90 oder so gewogen, ne? Ne, 90 kann man auch was. Ich war 90, oder irgendwas. Das ist fast 1,90. Ich bin gespannt. Der Kill. Boah. Der wiegt der. Boah. 98,8 Kilo. Du hast es wieder so, Bro. Ordentlich auf die Riffs. Ich ziehe irgendwie mehr Wasser. Also es gibt Menschen, die ziehen richtig viel. Viel Wasser. Das ist echt kein Mythos. Wie kann das sein, dass ich immer mehr zunehm als du, Bro? Ja. Dein Körper zieht die Reserven mehr. Ich glaube, ich bin voller Wasser. Oder dein Körper hat Angst zu sterben. Da wird alles an sich... Kann sein. Bruder ist wieder zu krank, Leute. Aber krass, wie unterschiedlich das ist, ne? Ja, Mann. Wir haben es wieder abgeräumt. Ja, Mann. Leute, bei 15.000 Likes machen wir das gleiche mit KFC. Leute, wir holen alles bei KFC. Ihr wisst, dicke Buckets. Ich glaube, sie könnte sogar teurer werden als Meckes, oder? Ich finde KFC ist richtig teurer, Alter. Allein diese ganzen Buckets. Ja, ja. Wir holen alles, Leute. Mal gucken, wir können sogar 3 oder 4 Euro kosten. Auf jeden Fall. Wer weiß. Leute, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video. Yes, Mann. Challenge bestanden. Wir sind raus für heute. Leute, ansonsten. Bis zum nächsten Video. Peace. Peace. Peace.